Seit dem Ende des letzten Bahnstreiks sind noch nicht einmal zwei Wochen vergangen, doch heute streikt ein Großteil des Zugpersonals schon wieder. Dieses Mal auf unbestimmte Zeit. Die GDL fordert unter anderem 5% mehr Lohn für das Zugpersonal, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit und eine Begrenzung der Überstunden. In den Augen der Streikenden ist der Ausstand die einzige Möglichkeit, sich beim Arbeitgeber durchzusetzen. Doch was halten die betroffenen Fahrgäste davon? Eine nicht repräsentative Umfrage in Tübingen und Reutlingen. Nahezu gähnende Leere, wo normalerweise rege Verkehr herrscht. Am Tübinger Bahnhof fahren die Züge nur eingeschränkt, viele nur einmal pro Stunde. Manche Verbindungen fallen ganz aus. Beim letzten Bahnstreik äußerten viele Betroffene noch Verständnis. Jetzt nicht mehr. Nach Monaten fehlen mir quasi die Worte. Und mein Statement ist dieses, dass ich mir in Zukunft überlegen werde, wie ich zur Arbeit komme, aber bestimmt nicht mit der Bahn. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Und jetzt fährt der Bus in einer Stunde. Das Taxi kostet 25 Euro. Ich bin ganz nass vom Radfahren. Eigentlich kässt es mich ziemlich an. Ist es noch verhältnismäßig? Nein, auf keinen Fall mehr. Gerade wenn man Pendler ist, wenn man zwei, drei Stunden am Tag zur Arbeit muss und jetzt vier braucht, ist langsam genug auf jeden Fall. Für uns ist es furchtbar, weil wir einfach keinen Umsatz mehr haben. Wir müssen Personal entsparen. Die Dämer kommen nicht mehr auf ihre Stunden. Also auch das Personal hat einfach Verluste dadurch. Von der Ware her. Furchtbar, wir müssen sehr viel nachschmeißen. Und wir wissen ja nicht, wie lange das jetzt wieder geht. Aber nicht nur wartende Bahnkunden waren am Bahnhof anzutreffen. Auch Streikende selbst hatten sich trotz des schlechten Wetters vor dem Gebäude versammelt. Mitleid mit den Betroffenen haben sie schon. Für die Bahnkunden ist es definitiv bescheiden. Allerdings spielt unser Arbeitgeber ein fieses Spiel mit uns. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, wie wir als Arbeitnehmer darauf reagieren können. Ein ähnliches Bild am Bahnhof in Reutlingen. Auf der einen Seite leere Bahnsteige, leere Anzeigentafeln. Am benachbarten Gleis strömen die Menschen zu Scharen in einen der wenigen fahrenden Züge. Auch hier ist der Frust groß. Also der neunte Schreit in den letzten sechs Monaten, glaube ich. Nein, also ein bisschen relativ zu viel. Also ich finde es gar nicht mehr richtig, weil andere Leute verdienen auch nicht viel. Und ich finde, das ist eine Schikane für die, die berufshätig sind. Jetzt soll es ja auch über Pfingsten gehen vermutlich. Ja, das ist dann wieder der Leidtragende, die für Pfingsten irgendwas gebraucht haben. Und wenn man hört, Richtung Norden soll es ja ganz aus sein. Und wer leidet dann dran? Die Hoteliers oder die, die auch was verdienen wollen. Ich habe gerade meine Karte zurückgegeben. Ich wollte ja am Samstag nach Straßburg und ja, nichts. Geht nicht. Können Sie es noch nachvollziehen? Umbringen möchte ich denn. Wie lange der aktuelle Streik dauern soll, ist noch nicht klar. Die Gewerkschaft hat aber versprochen, das Ende mindestens zwei Tage vorher anzukündigen. Ob sich die Beteiligten in absehbarer Zeit einigen können und der neunte damit auch der letzte Streik ist, bleibt abzuwarten.